so freunde hallo herzlich willkommen neues video neuer vlog und heute ja wie sieht das eigentlich bei euch aus mit dem blütenstab zur zeit mein auto also ihr seht wahrscheinlich an der scheibe es ist schon wieder ich habe es vor drei tagen gewaschen an der scheibe geht es ja fast noch also wenn ihr draußen mein lachs haben weißes auto das auto ist ja fast schon gelb das ist nicht mehr weiß also das ist dieses jahr extremst also wirklich extrem ich weiß nicht wie es euch geht seid ihr auch nur am autowaschen ich bin so jemand der auto ja gerne pflegt und darauf achtet dass der lack in ordnung ist aber was dieses jahr an blütenstaub runter kommt das ist nicht mehr normal also ich habe vor drei tagen gewaschen und ja faktisch am nächsten tag sah es schon wieder aus wie hund dazu kommt noch wenn es dann auch nur so ein bisschen regnet nicht richtig sondern so ein bisschen so zehn minuten getröpfel dann wird das richtig gehend und vermischt sich das mit dem wasser und geht nicht richtig runter und sieht danach noch schlimmer aus als wenn der blütenstaub nur so drauf liegt ohne so ein bisschen wasser man sieht ja so richtig so verklebt aus egal wie es ist es ist eine katastrophe und ich weiß nicht bei euch wahrscheinlich auch seid ihr auch häufig am autowaschen ich habe ja auch keine lust zwei dreimal die woche das auto zu waschen was das ist auch blöd sind dann sage ich mir kommen dann lass es jetzt mal ein bisschen ja so bisschen blütenstaub drauf und ja gut bisschen kann man jetzt sagen das ist schon viel lass mal ein bisschen bisschen drauf und dann was ich es wieder ende der woche wieder mal also es ist einfach ja es ist zu viel dieses jahr weil man sagt immer ja früher war es nicht so schlimm bei vielen dingen und dann war es vielleicht doch nicht so aber ich bin mir hundertprozentig sicher also letztes jahr schon mal gar nicht und auch die letzten jahre war wirklich nicht so ein blütenstaub wie dieses jahr ich weiß nicht wie das gekommen ist da muss das alles vom wetter her gepasst haben da war es windig da war es lange trocken bei uns hier und da kam eins zum anderen und da ist dieses jahr so extrem der blütenstaub also und ich bin schon einer wirklich der darauf achtet dass eben das auto immer schön sauber ist ich bin jetzt damit dazusagen weiß ich wie das bei euch so ist ich bin jetzt nicht so der handwäscher also ich habe in meinem leben ganz selten hand gewaschen das ist mir zwar gut das mag toll sein aber das ist irgendwie für mich nichts der zeitaufwand und wir haben bei uns so eine gute waschanlage die von den von den von den bürsten kann man ja schon gar nicht mehr sagen das sind ja keine kunststoffbürsten mehr und ich bin ja sehr penibel was jetzt den lack angeht zum beispiel und die waschanlage die wir bei uns haben da sieht man keine mikrokratzer oder sowas das ist so ein ganz spezieller stoff ganz spezielles material was das eben so ermöglicht dass das der lack schonend gereinigt wird und deswegen ich habe den wagen jetzt hier ja dreieinhalb jahre und fahr im monat je nach wetter je nach verschmutzungsgrad würde ich mal sagen so zweimal in die waschstraße waschanlage in dem senest ist eine waschstraße also man rollt da durch und dann mache ich im nachhinein mache ich dann immer noch so nachbearbeitung also genau stellen die nicht ganz sauber geworden sind die felgen werden nochmal nachbearbeitung die scheibenwischer gummies werden nochmal mit feuchtem tuch abgezogen die einstiegsleisten werden nochmal nachgewischt und dort noch was gemacht und hier noch was gemacht also ich arbeite auch noch durchaus noch einiges nach weil ich eben ja ich lege wert auf ein sauberes auto das muss also optisch gut aussehen und genau darum ist halt dieser blütenstaub zurzeit für mich etwas was ich ja also überhaupt gar nicht haben kann und ich bin immer froh wenn es jetzt hier in den nächsten tagen hoffentlich endlich vorbei ist und das wird ja mal wenn man das auto gewaschen hat dass man auch immer so zwei drei drei vier tage freude daran hat weil ich bin ja auch ein mensch wenn ich in die waschstraße fahre gucke ich erstmal den wetterbericht an wenn es am nächsten tag regnet dann fahre ich nicht in die waschstraße dann ist mir das geld zu schade da fahre ich in die waschstraße und dann ist praktisch am nächsten tag das auto wieder dreckig also wenn ich in die waschstraße mache und dann diese nachbearbeitung mache und das drumherum sind locker ein bis zwei stunden weg je nachdem dann schwitzt man noch ein bisschen mit so paar leute die ebenso das auto waschen kommt man von einem thema zum anderen dann sind zwei stunden locker weg und die investiere ich ja nicht um am nächsten tag wenn es regnet das auto wieder dreckig zu haben also wenn ich ein auto wasche könnt ihr auch mal in die kommentare schreiben wie es bei euch ist dann gucke ich immer nach dem wetterbericht dass es mal mindestens drei vier tage trocken ist dass ich auch mal freude an dem an dem sauberen auto habe also gut man weiß nie wie das wetter so umsteht aber wenn der wetterbericht sagt hier in meiner gegend ist es trocken die nächsten vier tage oder am besten noch eine ganze woche ja das ist doch super dann wasche ich das auto und habe lange freude dran also könnt ihr mal in die kommentare schreiben wie ihr das so handhabt ob ihr darauf achtet dass das wetter mal trocken ist oder ob ihr auch gott einfach das auto wascht egal was das wetter macht könnt ihr mal in die kommentare schreiben also ich achte auf jeden fall darauf dass ich auch was von einem sauberen auto habe ganz klar gut das soll es gewesen sein ganz kurzer vlog heute mal ganz kurzes video zwischendurch habe ich euch mal mitgenommen hier auf einer fahrt bin gerade unterwegs wollte gerade wohin und ja schreibt einfach mal eure meinung in den kommentarbereich wenn ihr lust habt natürlich wenn ihr lust habt zu dem was ich hier angesprochen habe die blütenpollen und das autowaschen wie ihr das so macht und ja bis die tage freunde macht's gut ciao